Bei folgender Herzmeditation geht es nicht darum, etwas gut oder richtig zu machen. Es reicht vollkommen, sich mit der Absicht zu meditieren hinzusetzen und ist möglichst gut zu folgen. Lege oder setze dich bequem hin und komme zur Ruhe. Schließe deine Augen. Atme tief in den Bauch ein. Halte die Luft kurz an und atme lang wieder aus. Und noch einmal tief in den Bauch einatmen, die Luft kurz anhalten und lang wieder ausatmen. Lasse den Atem nun wieder ganz normal fließen. Entspanne deinen Körper so gut es gerade für dich möglich ist. Spüre einfach, wie sich die Bauchdecke beim Einatmen sanft hebt und wie sie beim Ausatmen wieder locker nach innen sinkt. Verändere deinen Atem nicht. Lass ihn ganz natürlich fließen. Lass ihn einfach sein, wie er will. Und wenn dein Körper etwas zur Ruhe gekommen ist, dann lass auch deinen Geist ruhig werden. Schau einfach zu, wie die Gedanken immer wieder kommen und gehen. Es ist ganz normal, dass unser Geist denkt. Und wann immer dir das Karussell in deinem Kopf zu bunt wird, konzentriere dich wieder auf die Atmung. Und beginne nun mit der eigentlichen Herzmeditation zur Entwicklung von Selbstmitgefühl. Während du einatmest, denkst du, möge ich und beim Ausatmen glücklich sein. Einatmen möge ich, ausatmen sicher und geborgen sein. Einatmen möge ich, ausatmen friedvoll und gelassen sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich sicher und geborgen sein. Möge ich friedvoll und gelassen sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich Möge ich sicher und geborgen sein. Möge ich friedvoll und gelassen sein. Zwinge dich nicht, angenehme Gefühle zu erzeugen. Wenn sie entstehen, ist es schön. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Diese Sätze wirken tief auf dein Unterbewusstsein. Du musst also gar nichts weiter tun. Bleibe während der Zeit der Meditation einfach dabei, die Sätze innerlich zu wiederholen. Und zwar sanft und entspannt und immer in deinem Atemrhythmus. dass deine Gedanken dabei abschweifen werden, ist Teil der Übung. Sobald du anfängst, über andere Dinge nachzudenken, bemerke es einfach und kehre geduldig und liebevoll zu deinem Atem und der Wiederholung der guten Wünsche zurück. Möge ich glücklich sein. Möge ich sicher und geborgen sein. Möge ich friedvoll und gelassen sein. Möge ich glücklich sein. Möge ich sicher und geborgen sein. Möge ich friedvoll und gelassen sein. Und nun wird es Zeit, ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Versuche diese Herzmeditation mehrmals in der Woche zu wiederholen. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Nimm den Raum um dich herum wieder wahr. Bewege deine Füße und bewege deine Hände. Strecke dich, wenn du magst. Atme tief in den Bauch ein. Nimm frische, neue Energie auf. Und beim Ausatmen öffnest du einfach wieder deine Augen. Und nun wird es sehr 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 gut und gebraucht haben.